Well, the jury said it all why that film is in Panorama. I totally subscribe what you just said. Wir sind deutsch, oder? Beides. Daher bin ich mit der Jurybegründung absolut glücklich. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Film im Programm haben. Es geht ja im Programm darum, dass wir mit den Filmen eine Auseinandersetzung üben mit dem Publikum. Und das ist ja in der Berlinale in allen Sektionen eigentlich der Fall. Und dabei kommen immer wieder neue Inspirationen zutage, die das Programm im nächsten Jahr inspirieren. Franz Fanon ist nicht zum ersten Mal bei uns Thema. Isaac Julien hat einen Film gemacht, etwa ein Dutzend Jahre her, den wir gezeigt haben. Dennoch hat man festgestellt, er war mal wahnsinnig wichtig auch im Diskurs in Deutschland und ist dann wieder verschwunden. Und hoffentlich trägt dieser Film dazu bei oder er wird dazu beitragen, dank des Konzeptes, dass man durch 20 Städte in Deutschland fährt, die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben Konzepte entwickelt, wie man auch die jungen Leute daran führen kann, an Themen, die nach wie vor einfach offene Wunden sind und zum Teil in Sackgassen ohne Dynamik vor sich hin. Ja, brüten möchte ich sagen, denn diese Wunden müssen immer wieder gelüftet werden, damit sich etwas verändern kann. Diese Wunden in diesem Falle sind die Kolonialgrenzen Afrikas. Dieser Kontinent arbeitet sich immer noch an dem ab, was wir Europäer dort hinterlassen haben. Und das ist ein Trauerspiel, dem wir in unserem Menschenleben wahrscheinlich nicht mehr als Ende begegnen oder als Lösung begegnen werden. Dieser Film trägt diese Gedanken rein jetzt ins Land und rein auch zu jungen Menschen. Lauren Hill ist natürlich ein Star für die Jungen. Das heißt, auch da wird nochmal ordentlich Hilfe bekommen, auch über diesen Kunstgriff. Auch wie der Film, Sie werden es ja gleich sehen, arbeitet mit den Texten. Es ist ja oft schwer im Film mitzudenken, vor allem wenn es größere Gedanken sind. Und er wird als Text dann nochmal auf der Leinwand zu sehen sein, sodass man einfach auch ein bisschen Zeit bekommt, als Zuschauer zu reflektieren. Und das fand ich alles künstlerisch und intellektuell und politisch eine großartige Leistung. Und deshalb sind wir sehr, sehr glücklich, dass die Jury diesen Film gewählt hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Wieland. Und jetzt bitte ich zur Preisübergabe noch einmal Herrn Wege auf die Bühne.